Unreal Engine Danke Shadowplay Wet Barrels Outlast 2 Damit herzlich willkommen Ah, Tag! Leute, herzlich willkommen zu ein neues, ähm, ja, Horror-Game Was ist denn hier los? Äh, ihr seht noch Outlast, aber bei mir kommt immer wieder diese Werbung Danke dafür Ja, ich hoffe, dieser Lack habe ich rausgekettert Natürlich, äh, ich versuche nur 20 Minuten Tut mir leid, ich muss das ganz schnell machen Normal, schwierig, Albraum, Wahnsinn Ähm, wenn ihr das guckt Äh, sorry, wenn ich nach links gucke Ähm, oh, ich hoffe, ich bin hell genug Ach, egal, Schnuppe, ähm Wenn ihr wollt Wenn das Let's Play zu Ende ist Ich mach erstmal auf normal Können wir den Laisstu ihm Einfach Wahnsinn machen Wenn ihr Bock habt Habt ihr Bock? Dann schreibt das mal bitte Outlast 2 enthält schwere Gewalt Blut, sexuelle Inhalt und Kraftausdrücke Viel Spaß Ach ja, oh, dieser Ton, ey Ähm, ich muss jetzt schon mal sagen Das, die Videos werden Müssen ab 18 gestellt werden Deswegen Wir sehen uns gleich wieder Cam out Ne, ich hab schon Ich hab, muss ja Lön Lagermann Lön Lagermann Ist eine Enthüllungsjournalist Die in einem geheimnisvollen Mord Eine schwangeren Frau In ländlichen Arizona untersucht Du bist Blake Langermann Man Ihr Ehemann Artist Und Kameramann Ähm, nehm alles auf Ihr seid keine Kämpfer Solltet ihr den Schrecken In dieser entlegenen Entlegenen Begegnenden Rennt weg Versteckt euch Oder Sterbt Ich weiß nicht Kommt jetzt Vorschau Ich mach mal Gnade sei mit dir Aber Friede nicht Knopf 1 Speichert Ja, nicht mal angefangen Speichert Miss Blake Where are you? I'm scared I'm scared He's coming He's here! Ah! He's here! Ah! Ah! Jesus Blake Are you really sleeping? I'm awake You should have slept last night Oh I had to get that hospital footage organized You were calling out some other woman's name What? In your sleep Jessica I think You know a Jessica? Oh, no No I mean I was dreaming about Jessica Gray From when we were kids Oh yeah I I haven't thought about her in ages Hey, we're crossing into reservation land now You said I'm looking for some sort of factory? Yeah We can look but there's nothing out here It does look pretty empty All the mercury in that woman's blood She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry If you say so man, you bought the time We should record an intro while we're up here Production value? Sure Can't work my diaphragm with this thing on Audio's gonna be crap We'll have to Whoa What the fuck? Fuck Sorry about that That panel's a little soft But we're good That was exciting Get as much of the landscape behind me as you can You got me? Yeah, we're good Hum Hum Red leather, yellow leather Red leather, yellow leather Havasupai 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 Pfff Okay I'm Lynn Langerman Here for Newstomorrow.net We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona In search of the origins of murder victims Hey Lynn, I don't think you should say murdered We don't know that Oh, I'll say she strangled herself to death It's what the police report says We might play this before the doctor interviews If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there We should probably mention the fetus too, I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece Tell me when we're good Okay We're good Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone On a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest... Oh We lost the engine Fuck 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 Oh Oh Mayday, 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 Mayday One thousand feet 500 Oh Oh Best Zwei Oh, damit wieder Tag, Leute, ne? Hier bin ich wieder. Okay. Ja. Ihr habt ja eben meine Behinderung gesehen. Hallo? Kann ich die öffnen? Hallo? Habe ich meine Kamera? Kann ich rennen? Nö, ich kann nicht rennen. Okay. Jessica. First place. Herzlich willkommen, schnachträglich. Boah, bist ja richtig krass hier. Oh, Buch. Ii, wer wir heutzutage lernen. Ja. Okay, tschüss Jessica. Können wir den mitnehmen? Und falls jemand kommt, schön drauf. Hey, auf den Kopf. Okay. Was? Bitte, was? Als ob die Jesus, ja. Okay. Oh, der hat schon ein Sixpack? Habe ich nicht gewusst. Okay. Okay, hallo? Warum sind wir überhaupt in der Schule? Können wir hier Schlösser knacken? Nee. Hier, noch ein. Oh, ein Projektor. Kommt da vielleicht ein Foto? Ja, von Kanada, ey. Naja. Ne oder wie? Doch. Aha. Ja, ja. Guck mal, da ist Montana Black. Hm. Da ist Washington. Wiggeln. Okay, weiter geht. Wie spät haben wir es? Oh nein. Oma hat Kekse gebacken und wir kommen zu spät. Oh. Jetzt gibt es bestimmt eine Bestrafung. Alter. Aber die Grafik ist echt geil. Ach ja, wir können nicht rennen. Nein, bitte nicht ins Dunkle. Okay. Oma, wir... Ich will mich nicht umdrehen. Ich hab grad Gänsehaut. Ist das so ein Gesicht? Bitte nicht. W-w-w-w- Alter. Ist nur Kirschsaft. Tony. Hallo. Verdehmert mich. Hallo. Guck mal, da ist ein Mond. Vielleicht wären wir zum Werbe. Hauptsache die Kamera. Ja. Genau. Drücke. Ja, geil. Ja. Der hat das geträumt, oder was? Oh, zufälligerweise nicht runtergestürzt. Naja. War auch ne teure Kamera. Sieht das krass aus. Fuck, ne? Ja. Tap, um dein Ziel zu sehen. Find Lin. Okay. Nothing matters but Lin. Was soll ich jetzt im Glas? Aufnahme sehen. Ja, gerne. Okay. Bringt das was? Okay. Wie ich spiele. Als ob. Der nimmt das auf. Ja, das ist unsere Behinderung. Als ob. Willst du was? Ich bin besessen. Naja. Okay, geil. Okay, ähm. Okay. Ne, ich will keine Aufnahmen füllen. Mehr. Möchte runter. Zu meinem Freund. Komme ich hier runter? Bestimmt hier. Tschüss. Okay. La, la, la. Wir spazieren in der Dunkelheit. Es ist dunkel. Und kein Funkel. Zu sehen. Drücke es B5, wenn du vorwärts bewegst, um in Abgrund zu springen. Yeah. Tschüss. Äh, bewege dich zur Kante hin. Okay. Okay. Los springen. Äh. Steuerung links Kante zu fallen. Okay. Mhm. Aber echt schöne Grafik. Weiß nicht, habe ich das umgestellt? Auf Ultra? Mist. Äh. Äh. Wichtige Erdner sollten aufgenommen. Drücke rechts um. Okay. Wenn er blinkt, heißt das so. Äh. Angekommen. Drücke um vorzusetzen. Okay. Oh mein Gott. Warte mal. So. Okay. Video aufgenommen. Und drücke Tab. Mach ich doch gerne. Und. Spielen beißt das mal ab. Ich fand ich doch nicht mehr. Sie könnte immer noch leben sein. Okay. Gut, dass du es erst beim Video bemerkt hast. Oh shit. Nein. Ja, oh shit, ne? Jesus. Ja. Ja, das ist so früh. Lynn! Ich schrei noch lauter in der Dunkelheit. Das ist ein Feuer. Äh. Nachtsicht und besser. Ja. Ganz drängt. Müssen wir hier runter? Bin mir nicht sicher. Wir müssen hier, oder? Komm. Sind wir hier richtig? Das ist ein Mal. Aktivier doch mal! Ich drücke F oder muss die Kamera? Ah, okay. Ich hoffe, der nimmt nicht auf. Fuck? Fuck. Was denn? Oh. What? Können wir zoomen? Oh, sexy. Schicke Brille. Wo haben sie es her? Welche nimmt sie? Befreund sie. Wollen wir auch nehmen? Ja, komm. Sag mal. Der, äh, vorjährige Kuh. Es geht zurück. So. Oh, sexy Thumbnail hier, ey. So. Äh, der hat erste. Hast du was zu sagen? Ich erinnere mich noch nicht, dass ich den Namen nicht erinnere. Was für die Leute, die Menschen, die jemanden hier leben würden? Oh, Jesus Christ, Lynn. Meine heißgeliebte Lynn. Wo ist sie jetzt? Ich, ich kann nicht ohne sie leben. Äh. Jetzt nimmt man die Kamera und macht Licht an, Alter. Hallo? Oh, hoff. Bitte kein Jumpscare. Sieht das von der Kamera? Kamera, ja. Hinten anzuschauen. Alt. Alles klar, okay. Wie richtig? Wenn die gleich leer ist. Oh. Oh, danke. Wir haben Batterien. Wie viel haben wir noch? Sieht... Oh, guck mal. Nur 50 FPS. F 2.8. Keine Ahnung. Ist das wieder da Licht, oder? Ja. Mir war trotzdem ein bisschen zu dunkel. So. Hallo? Kratzer. Okay. Leute, jemand zu Hause? Ich hab Hunger. Hab lange nichts mitgegessen. Hallo? Wisst ihr, Leute? Ich kann auch nur gute Sprüche lauen, wenn's Sorrow ist. Ähm. Spiel. Ich war nicht allein. Fuck. Ich war hier nicht allein. Ja. Das hast du früh erkannt. Nach... 13 Minuten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, du. Okay. Nein, nein, nein. Ich will kein Video gucken. Erst mal. Schick die Kamera weg. Okay. 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 Ah. Dieser Wind ist heute sehr toll. Und gleich kommt so ein Blatt in unser Gesicht und zack, schon hat man eine Narbe. Hallo? Ungern. Ungern. Hallo? Ich bin verloren. Und verhört. Echt? Hallo? Ich bin blockiert. Hallo? Schlag die Scheibe ein, ey. Oh, der nicht. Hallo? Ich möchte gerne... Okay. Tschüss. Komm mal. Ich wollte's nur ausprobieren. Okay. Kaktus. Kaktusse sind unsere Feinde. Warum sehe ich überall Gesichter? Aber da brennt was. Schnell Kamera. Alter. Alter. Für jetzt schon nicht mehr. Hallo? Hallo? Da ist was. Oh. Da leuchtet doch was. Bin ich blind? Was ist das? Hallo? Ist jemand da? Ist jemand da? Echt? Bitte. Das ist doch was. Mann, bitte. Ein Irrer verfolgt uns. Oder vielleicht nur in unseren Kauf. Wer? Wer flüstert hier? Nur ich darf flüstern. Leute. Mein Horror-Spieler hab ich so. Nur. Ich fühl mich einfach nur cool damit. Ähm. Aber wer war das? Oh. Jigsaw was hier. Okay. Cool. Da eh, ne? Jigsaw. Hey. Ich seh überall Gesichter. Was? Zum. Was? Zum. Teufel. Ja. Geh ruhig weg. Ich hab dich eh gefilmt. Was willst du machen? Kommst du jetzt auf YouTube? Beziehungsweise bist du auf YouTube? Pass es doch auf. Geh doch. Nein. Die Bank ist so hoch. Ich kann da nicht durch. Ist das dein Ernst? Ich will nicht zu den Typen. Warum scheint die so heftig? Aha. Ich will. Oh. Oh. Direkt filmen. Alles filmen. Okay. Guten Appetit. Was? Sid? Wer war Sid? Vielleicht. Weiß er mehr, wenn man komischerweise ein Video wang zieht. Aber irgendwo muss man doch hier rein. Puppen. Nein. Ich heiße Puppen. Und Knauz. Oh Bilder. Was zum Teufel geht hier ab? Halt. Ich dachte. Hallo? Halten um. Bewege vorwärts. Hey, ein Zettel. Endlich. Okay. Äh, Leute. Ihr... Man kann das lesen. Könnt Pause machen und lesen. Weil... Äh, der R segnet mich weiterhin mit Witzelhunden und ich bin mir sicher, dass dein Feind jeden Tag näherkommt. Nimm dich. Ja. Endlich. Ja. Warum nicht mitnehmen? Zum Papierflugzeug machen und ihn ins Auge werfen. Oh, Bandage. Braucht man immer. Äh, wie viele? Okay, Tab. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ja, ganz schön viele. Ich weiß nicht, wo, aber okay. Du kannst dich verstecken, indem du ein... Unter Bett kriegst. Und wie? Du warst ein... Großartiger Mann. Du warst den Mond... So nah. Naja, okay. Okay, die Uhr tickt. Oma wartet immer noch auf uns. Okay. Cool. Was ist da? It's a battery. Ich hab immer Angst, wenn jemand hier so... mir anguckt. Hallo? Ich möchte hier gern rein. Von außen hin. Okay. Ich möchte gern wissen... A2... Das ist... Das ist... Das ist fucked up. Komm ich jetzt durchdurch. Das ist krank, ja. Ja. Okay. Ich muss auch da... Äh... Leute. Ich bin verbuggt. Ah, doch nicht mehr. Okay. Ah, okay. Holy moly. Da hat Korax mal... Vincent Raven... wieder gesehen. Alter, voll vergessen... dass es hier eine Rabe gibt. Was steht da? Okay. Vielleicht ist das... Zauberspruch... den wir später brauchen. Ja, genau. Ich öffne das. Nö, 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 nö. Ich hab vor Angst, wenn jetzt jemand kommt. Leute, ich weiß. Mieser Kart, oder? Ja. Komm. Gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Ihr könnt ihr entscheiden. Äh... Fenster oder... Dadurch. Ich glaub aber, hier öffnet der nur das Fenster. Ne, lieber wieder zu. Mir wird kalt. Naja. Mieser Kart, ich weiß. Ähm. Dann würd ich sagen, ich freu mich über ihn. Das Like. Und bis denn. Dame. Ich bin... gebleiten. Ich bin... Ich bin... Ich bin... footstunden. Vielen Dank.